hallo wieder eine folge von fallgeist ja also heute ist etwas neues gekommen nämlich jubiläum oder also die letzten tagen also also die ersten die erste season es kann nur es kommen nur die erste season also geben wir da rein ja shop neues jahr ja geht kann man haben ja unbesonders unbesonders ja das klage saug nipfel war dieser was so tat ist für mich nicht ja halt dass wir spielen mal das also ich habe heute schon mal zwei wins geholt einmal also zwei im einen also einmal recht bei den ersten season als wir spielen gewonnen bei waben und checken nicht da war so ein typ ich war bin ich habe ich war also er hatte viel platz ich und noch ein anderer er hatte viel platz dann bin ich gefallen weil ich kein plan gehabt der über so in der luft und sie versprungen keine was er gemacht hat und und ich habe noch gewonnen war ja noch 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 gefallen ist wie dumm war er dieser typ also ich habe nicht aufgenommen das war offline und weil es heute wöchentliche kam und ich und level bin anstatt xp kriege ich halt splitter und dadurch habe ich so 38 splitter gekriegt ja und da habe ich ja eine ganze und der rest habe ich zwei schuldet kriegt das war schon richtig geil geil mir fehlen noch sechs glaube ich für ice ice skin also ice kostüme der wieso ist so schlechte position wie solitär ist mein ist geil so scheiße perfekt 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 da ging das nein was macht der typ denn da also ja zweiter platz die die lifehack man geht hier dann geht man in die mitte ich bin drin also ich hatte gerade so probleme aber es ging trotzdem so das fünfter vierte war ich jetzt nicht so schuldet man auch die rache nein ja der drache nicht weil das kein kompletter hat Plötzlich, meine Freunde sind nicht gefühlt online, einer ist bei Urlaub, sein PC hat er nicht, einer weiß nicht wo er ist, ich muss täglich alleine zocken. Ja, diese Platten, diese, wo man da macht, BIKITUS, geil, beste Map gefühlt, beste Map ever, was kann man 12 weniger als normalerweise, also 12 weniger von 40, ich will da wen grabben, mein Lifehack, warte, warte, ey, nein, ich wollte unbedingt drauf, wenn ich es verkacke, ich dachte mir so, es ist doch so klar, ich kann auch die Leute überholen, Wenn ich den BIKITUS gezielt nehme, okay, ich nehme den BIKITUS doch nicht. Oh mein, oh, ich schaffe es noch, 13. Zehnter, ey, so ein Gewürg, weil ich da, ja, die Wand ist immer noch da, geh bisschen so, also bisschen hier so, da war ich so, ja, halt das aber, das sieht man weniger, nur vielleicht das Fenster und die Wand bisschen, nein. Oh, weil es güce in die Taste, so tab, glaube ich, heißt die, man kann sein Gesicht sehen in dem Spiel, ja und da habe ich, keiner weiß was da passiert ist, gerade so was, dass meine, so diese Freundin anzeigen kamen, obwohl ich das wollte nicht, das ist genau die gleiche Taste, Schleimkraxler Wir kommen da Schein Ja okay, Season 1 Aber mein Lieblingsschleimkraxler ist Season 4 Also Wolkenschleimkraxler Jetzt Oha, geil Geht Geht Ich weiße Ventilator auch geht Ja trotzdem Ich check manchmal nicht Wenn man Okay Also ich habe Mast gewechselt Normaler Ich bin ein normaler Mensch Und ich schaffe es locker Scheiße Scheiße Ey, diese Menschen Nerven so arm Irrtiger ist mir so assoziiert Aber er schafft es trotzdem noch Er ist nicht gestorben Liga, Wahnsinn, was hab ich denn gemacht Achso Achso, mich Und dann geht er wieder Scheiße Ich warte lieber hier Ich warte lieber hier Oh Es kann nicht sein, dass es hier ins Finale kommt Weil so viel Weil so wenig Leute es geschafft haben Kann sein Oha, ich habe mal sowas Ich war auf dieser gelben Stange Ich werde normalerweise runtergefallen Aber wegen der Stange Ich war auf einmal auf der Stange gelandet Darf ich jetzt überlegen Nein, was ist so Pisse Ich sage es kommen Bitte nicht fünf Leute Bitte nicht fünf Leute Sechs Es kommt kein Schweifinale Geil Aber es kommt ins Finale Geil Wer ist eigentlich Der ist eigentlich hat Ja, der ist nicht besonders Ja, würde ich auch nicht besonders Weil dieses Eis Hat so Wins Ich glaube so sieben 60 Wins hat er Hä? Das sehe ich zum ersten Mal Aber das ist wieder ein Oktopus Der sieht das Hinter diesen blauen Ding Ist ein wieder Oktopus Gefühl Bei jedem Ich habe kein Schwanz Ich habe kein Schwanz Ich habe kein Schwanz Chicken Nugget hat Schwanz Chicken Chicken hat Schwanz Ey das ist doch Asozial Sechs Leute Das heißt ich noch nie Ich sage mal So mit vier Leuten Oder habe ich gewonnen Oder fünf Oder fünf Wer hat jetzt den Schwanz Ja Nein Die dumme Stange Ey Dieser dumme Mensch Warte Er ist immer auf dieser Also man kann ihn schon Ey Der ist doch Der ist doch unfair Der ist doch so unfair Der ist doch so unfair Der ist doch so unfair Der ist doch Der ist doch Der ist doch Der ist doch Abgeblockt Der ist doch Ey wieso springt Ich kann nicht höher springen EY Nein Ey, ACH UNS, ich war der Wand! Sehr geil, wenn man einen der Schwanz hat! Wenn man diesen Schwanz hat, ist man so glück, hat man, weil er alles gespawnt hat, ist so unfair. Illegales Spiel! Oha! Geil! Noch, mir fehlen aufs Kreis, ich spiele mich auch. Dann, wieder in Krone. Wir spielen mal heute wie normales Solo, Standard-Solo. Das gibt bessere Finale. Knallball! Ich hatte seit lange kein Folterball, also Völkerball, aber einer aus meiner Klasse hat immer gesagt Folterball. Ist doch viel cooler, der Name. Ich hatte noch lange kein Folterball in Vollgeist gehabt. Was ist das für dich? Und was ist das für dich? Der Hade hat noch kein Rock. Das ist sicher nicht so, was ist das für dich. Der Hade ist schlecht. Der Hade ist nicht lang. Aber das war einfach die Hade. Also, ich weiß nicht, ob das geil ist mit den Krampolins. Am Anfang ist sie mit den Krampolins. Das weiß ich nicht. Ob das geil ist. Ich hoffe, dass genau ich in der Mitte bin. Ja. Ich hoffe, dass zum ersten Mal so richtig oben... Ui. Digga, das ist so getimed, dass ich genau da oben war. Digga, das war schon echt cool. Welcher Tag ist heute? Donnerstag. Oh, so geil. Morgen. Gokobaba heißt glaube ich der YouTuber. Das ist cool. Er macht freitags bis Sonntag Livestreams. Nur Livestreams. Mit Folgers und Fortnite. Folgers ist geil. Fortnite? Nee. Ja. Die ist so random. Weil ich... Weil ich... Weil ich... Einmal habe ich rausgeflogen. Weil... Eine Stange mich geschubst. Auf diesem Schleim könnte ich mir so laufen. Das war auch so... Asoziale Map. Asozial ist die Map. Dann leuchte ich. Wie leuchten meine Augen denn jetzt? Weil ich so neonblaue Augen habe. Bitte leuchten sie. Wie lange dauert das denn? Oh mein Gott. Die sieht das wunderschön aus. So geil. Wunderschöne Farben. Die Augen leuchten. Die Augen leuchten. Wie kalt ist kein Ventilator dagegen ist. Die muss doch dazwischen sein. Wie soll ich... Wie soll ich das jetzt weniger? Oh. Das ist keine. Oh mein. Oha. Was war das denn? Wieso bin ich jetzt einfach so voll weggeschlopft? Nein. Wait. Kann man hier einfach so stehen? Lol. Geh mal erster. Überlebt. Ich war der letzte aber trotzdem habe ich jetzt überlebt. Gut. Ich sag das nicht ganz viel. Das ist kein Problem. Weil da war so. Halb grau. Halb nicht. Finale. Waben. Bitte. Finale Waben. Bitte. Finale. Knallball. Ich kann nicht fehlen was du. Für drei Taktiken für Knallball. Erste. Man. Man. Lässt es los den Knallball. Dann wird es. Gemückel. Dann wird es einfach. Ja. Finale. Ich habe es vorher gesagt. Waben. Dann wird es gemütlich zu den anderen Gegnern. Ja. Die Grollen. Da werden sie explodieren. Erst. Lässt dich auch mit explodieren. Wenn du in der Hand hast. Wenn du in der Hand hast. Wirst du weniger explodieren. Als ohne Hand. Also wenn du es nicht hältst. Digga. Ich habe heute gewonnen. Bei Waben. Ich. Ich hab. Wie ist. Digga. Also diese Low Gravity. War sehr gut. Um die Leute zu grabern. Normal. Das. Das Holger. Okay. Eine Platte mehr. Danke. Das ist meine Platte. Oh. Ich. Zerstöre die Platte. Scheiße. Wieso hat es überlebt. Digga. Ich bin nicht gewöhnt. An solchen Sachen. Ich hab einfach viel zu viel gezogen. Einfach Low Gravity. Ich hab einfach gewöhnt. Dass ich genug abspringen kann. Digga. Wieso. Überleben die alles. Digga. Digga. Ich mach einfach mehr. Wieso. Weil. Drei. Oha. Ich war sehr knapp. Wieso. Überlegen die alles. Scheiße. Also mehr Löcher machen. Oha. Ist gestorben. Wie dumm war ich da. So dumm gestorben. Ich hab mich auf dieser Seite. Ich hätte eh verloren. Oder. Doch. Ich hab eh verloren. Wahrscheinlich. Oha. Geil. 80. Und. 28. Splitter. Eine Krone mal geht er heute. Ich brauche noch sie. Dann habe ich das Eis. Oha. 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 Und das war's. Mit einer Folge von Vollgeist. Liked und Abo. Abonniert das. Mein Kanal. Ciao. Bis nächstes Mal. Ciao.